Musik Grandors Top Horse Facilities steht für Größe, für internationale Anziehungskraft, für Beziehungen, für Ambitionen. Für den Pferdesport, in dem Eleganz und Kraft im Mittelpunkt steht. Ein einzigartiges Gebiet innerhalb der Gemeinde Horst-Ande-Maas. Zentral gelegen in Europa, in den Niederlanden, zwischen Belgien und Deutschland mit einer ausgezeichneten Infrastruktur und einigen naheliegenden Flughäfen. Mitten in dieser Region finden viele Veranstaltungen in den Bereichen Wettkampf, Training, Verkauf und Zucht von Pferden statt. In der direkten Umgebung von Grandors befinden sich mehrere Golfplätze sowie Ferien- und Freizeitparks. Musik Das Zentrum von Grandors ist das Equestrian Center de Pélbergen. Die professionellen Einrichtungen machen es möglich, Training und Wettkämpfe auf dem höchsten Niveau auszurichten. Das Zentrum ist der Treffpunkt, nicht nur für internationale Größen, sondern auch für denjenigen, der in seiner Freizeit den Pferdesport ausübt. Musik Das Equestrian Center besteht aus drei großen Reithallen. Inmitten der Reithallen befindet sich ein stilvolles Gaststättengewerbe, in dem man nicht nur Speisen und Getränke genießen, sondern auch von dort aus die Reitsportaktivitäten verfolgen kann. Grandors bietet für die Pferdebranche die einzigartige Gegebenheit, dass Unternehmer und Behörden zusammenfinden, um den Pferdesport in allen Bereichen zu fördern, sowohl für das Profi- als auch das Freizeitniveau. Die Organisationskraft der verschiedenen Partner in Verbindung mit diesem Top-Standort ist eine hervorragende Basis für Veranstaltungen auf nationaler und internationaler Ebene. Vereine aus der Region können ebenfalls diesen Bereich nutzen, um Reitsport-Events zu veranstalten. Bei Grandors ist jeder willkommen, der den Pferdesport ausüben möchte und das auf seinem eigenen Niveau. Eingebettet im wunderschönen Naturgebiet der Pehlbären, in dem sich zahlreiche Wander-, Rad- und Reitwege befinden, die von den Einwohnern, Touristen, Natur- und Pferdeliebhabern genutzt werden. Das ganze Gebiet ist für jedermann offen und zugänglich. Gegenwärtig und zukünftig leistet Grandors einen Beitrag an der weltweiten Entwicklung des nationalen und internationalen Spitzenpferdesports. Pferdesportler, unabhängig auf welchem Niveau, holen das Beste aus sich heraus bei Grandors Top Horse Facilities.